hallo und herzlich willkommen hier bei indiana jones meine damen und herren wir sind zu zweit und werden heute den schatz am silbersee finden und wenn du dabei treffen wahrscheinlich ich würde lieber nach südost gehen kommst du ja ja ich komme mit oh gott ich bücke mich andauernd hast du mich jetzt beschossen nein wir könnten auch gleich wieder wenn wir wollen also nein wollen wir nicht wollen wir nicht oh hier ist noch was hier ist deiner bitte habe ich danke das war der schlachter von nebenan ah guck mal hier vorne im wasser ja oh hallo oh mein gott wollt ihr mich wollt ihr mich wollt ihr mich ja komm her ich hab keine ach ja du hast wieder nichts abbekommen ja ich habe auch keine keine ausdauern warum nicht ich glaube ich habe schüsse gehört nein ich habe hier ein zombie erlegt ich habe aber auch schüsse gehört ja hunde höre ich auch sie ist ja zücken sie die waffe wir werden diese ganoven zur strecke bringen frau pinky ja das werden wir lieber murphy dafür stehe ich nur beim namen und ich erst höre ein halbchen ja habe ich schon länger gehört angeber weißt wenn du hier alles schon vorher weißt dann brauchst du ja nicht sagen ja ist ja gut schreibe mich nicht so an ja ich kotze mich selber mal an ja schlimm genug ja wo ist jetzt unser hinweis da drin schüsse ganz weit weg ja die sind egal hunde hunde die sind vegan was hast du jetzt gesagt die sind mir egal ach so die schüsse ach nee da hinten ist unser hinweis wo ist denn da hinten auf 270 ach da ja lauf du mal werde du mal gesehen was ist denn hier drin ups hier ist munition falls du was brauchst nö 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 alles easy easy peasy ups hallo die spinkie ist da da oben ist eine halb 255 folgen sie mir ich bin das alter was es gibt sonne gar nicht hier ja ich war das so so wo sagtest du es boni 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 also was dir mal deine uhrchen ja wer ist denn aber jetzt schon wieder anhalts ah das war doch easy mensch hier unten ist auch irgendwas ach so das sind die nur die gegnerischen spieler ja die sind aggro äh wer ist aggro die fischis die piranhas ach so die sind da unten oh gott schreibe ich nicht so an echt mal was hat denn minion ja ist der putscher vielleicht hier haben wir schon wieder gefunden danke danke ich glaube du blut ist ja ja ein bisschen ich gehe mal kurz gucken ob der putscher hier drin ist ok kicke mal ich höre hunde tschüsse wo hörst du denn tschüsse ich habe versucht die tür aufzukriegen kein butscher aber ein brecher ok den wollen wir nicht ok dann lass es mal hier weg von dem areal ok das ist zu heikel hier ja was machst du denn jetzt ach so da war eine halb gott oh gott oh hinter uns ist auch eine halb 270 okidoki lieb ist hier irgendwas ja ja nur ein zombie ist hier denkt an die piranhas keine gesehen ok diese stecker immer ist mal drei zombies warte mal die können wir bestimmt umgehen ja die umgehen wir mal denk an die piranhas ja hier sind keine die sind immer aggro agro die wollen frischfleisch frischfleisch geh doch die leiter hoch gehen ja geh doch die leiter hoch geh doch die leiter hoch höre du komm ich hier nicht drüber lass die heif bitte in ruhe der fleischer der ist hier der will mich kill ich glaube der botcher ist hier der fleischer ja der fleischer die zombies oh gott ich krieg hier ganz schön eine auf die nase was was machst du denn ja ich hole dich ja schon er ehrlich immer aus so ab hier ja das geht ja gar nicht dabei wollte ich nur die leiter hoch gehen willst du ja siehst du bei mir war das das ist nämlich auch so jetzt kommen sorry oh mein gott ah das ist aber hier ist gut so hier ist aber eine lampe drin für den butcher und ich kann mal versuchen dich zu heilen warte mal komm mal her komm mal her junge frau warte mal bitte wir müssen hier mal was machen nein ich hab dich geheilt ja ein bisschen ja stimmt hast du recht siehste so warte mal wo war jetzt hier die lampe da da vorne hier stand nämlich ein badger im weg der da noch ja die spinne ist dort gut das ist auch erledigt hm da oben sind zombies ich glaube dass der dass der badger hier drin ist ja hört man ja hier ist er der ist er der hühner schreck oh was hast du für waffen mit ähm äh die die dings was ich dir gesagt habe hier ach ja stimmt stimmt die habe ich auch hm ja was war das denn jetzt für eine ja ne winchester oder so winchester genau ja genau murphy man wenn ich dich nicht hätte der murphy man ist hier auch eine half drin ne die ist draußen ne ja ja Ich muss nachladen. Ja, komm. War das knapp. Kommt er eigentlich hier raus? Da ist ein Zombie-Aggro. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum. Ja, bestimmt ein Mitspieler. Mach du mal da und ich mach hier. Ja, alles klar. Komm her, du Früchtchen. Du bist mitgewischt. Komm schon. Da bist du. Da bist du. Hallo. Juhu. Hat er dich doch erwischt? Ja, das gibt es aber nicht. Hat er dich erwischt? Ja, aber es heilt wieder. Okay. Ich musste mich erst mal wieder... Ah, ich verbrenne. Ja, ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Shit, 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 shit. Ich habe mich gerade gewundert. Was ist denn jetzt los? Ich habe mich gerade geheilt. Oh mein Gott, die heilt? Der Batscher. Oh mein Gott. Bist du verbrannt? Ähm, nein. Ich wurde erschossen. Okay. Warte. Ich versuche dich dann gleich wieder zu holen. Ich bin jetzt gerade in Deckung gegangen. Ja, alles gut. Die haben aber zwei Schüsse für dich gebraucht. Hm. Zwei oder drei Schüsse? Hä, Picktap bebaut. Achso, die Spinne. Ja, hier ist jemand. Hier ist jemand. Pass auf. Ich habe ihn zweimal erwischt. Ist an mir vorbeigelaufen. Ach, ich kann dich doch trotzdem angucken, oder? Ja. Ja, ja. Oh, jetzt kommt der Zock. Ah, da ist er. Ich habe keine Schüsse mehr. Ich habe keine Schüsse mehr. Ah, es sind zwei. Ja, schade. Alles klar. Ach man, dass ich es schaffen könnte. Ah, shit. Hätte ich jetzt nämlich eine Stroti gehabt, das wäre besser gewesen. Ach, egal. Manu. Echt mal. Und nun? 50? Achso. Was denn? Ich habe nur rot gesehen gerade. Ich habe dein Blut gesehen. Nein. Ja. Und nur 50 Punkte. Nur 50 Dollar. Naja, meine ich ja. Ja. Ah, shitty, shitty. Na gut, meine Lieben. Ach sie. Ja, ja, ja. Tschüss, meine Lieben. Tschüss, meine Lieben. Der Murphy, der wollte nur drängeln. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Even if it's bad